Und damit wieder herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal, ihr Lieben! Willkommen bei Bending und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Romuth. Oder man könnte auch sagen Tumur, wer weiß, Tumur mein ich. Ähm, hierfür Start, let's do it. Destroy them all. Ach du Schande, ach du Schande. Oh, die Grafik ist schon übel, die Grafik ist übel. Ai, 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 ai. Ach du Scheiße. Oh, nee, erinnert mich instant an irgendein, äh, 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 so ein NVBA-Spiel. From Darkness oder From the Darkness oder irgendwie sowas, äh, also, oah, plapp! Guckt mal rin, nach dem Video und ihr werdet wissen, was ich meine. Also dieser Filter ist ja schon mies, Alter. Oh Gott. Äh, ja, ihr habt auch immer so ein, so eine Handvoll Ketten bei mir im Flur zu hängen, man wisst ja nie. Eh. Oh, und diese Trünen. Hallo? Oh Mann, ey. Wo ist der Benni, wenn ich mal brauche? Na? Ist das, ähm, wiederholt sich das jetzt ständig? Ich hab auch keine großen Interaktionsmöglichkeiten hier. Eh. Oh, Doppeltür. Ja, kann schon mal passieren. Ne, steht mir. Wir haben den verblühen. So, kann ich jetzt hier durch? Nee. Muss ich jetzt zurück? Muss ich jetzt zurück gelaufen? Is this the way? I've found it. Habt ihr auch gerade der Klicken gehört? Ja, manchmal musst du dich in die Darknest, um zu entfernen, 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 um zu entfernen. Oh, und wieso Hikes so Schlagseite? Ach du, ey, was ist denn? Oh Gott, was ist denn hier los? Alter, was? Oh, hier läuft der wie besoffen jetzt hier. Hallo? Nein. Okay. Jetzt sind wir in die... Ja, schön. Ist also die Tür offen hier in diesem wunderschönen... ...gang? Ach du Scheißer. Wir müssen... Fünf Sachen müssen wir sammeln. Schön. Oh Gott. Oh Gott. Äh, was ist das hier? Was ist das? Was ist das? Sollen wir hier eine Inventierung fummeln? Nee, können wir auch nicht. Wird doch definitiv gleich erstmal nichts angezeigt. Irgendwie das... Was? Es ist natürlich... Das macht es komfortabel irgendwie. Sobald halt nicht irgendeine Ehe angezeigt wird... Kannst du nicht machen. So, Peter war ein bisschen an der Hauptsicherung. Und wir haben schon wieder so eine olle Funzel, die wieder für den Arsch ist. Mann, oh Gott. Oh Gott. Fahrstuhl. Ich bin ja schon mal froh, dass wir jetzt eine Decke haben. Also mit dieser ewig... ...mh... ...dieser endlosen Decke nach oben. Das ist mir nicht wohl dabei. Das ist mir überhaupt nicht wohl dabei. Äh. Was ist denn das? Was ist denn das? Ah. Wat? Wat? Wie? Oh Gott. Aha. Okay. Wir müssen fünf so eine Matschegesichter finden. Kostet, wartet volle. Alter, die Atmung von dem Spiel ist wirklich... ...ist wirklich übel. Du kannst dich auch wirklich nur sehr langsam bewegen. Irgendwie rennen ist auch nicht... ...wat zur Hölle? Ja, aber es ist einfach bloß immer kurz mal Licht ausgemacht. Schön. Schön. Oh, toll. Nee, super. Schön, schön, schön. Wat haben wir hier denn schönet? Na, kleines romerische Gottheit, die jetzt gerade aufsteht, oder wat? Ein Engel soll er da eben, ne? Ja. Ja, und nun? Wie, wat? Füße gezählt? Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Wunderbar. So, was sollen wir denn sagen? What should I say? Zieht Kunst oder kann nicht weg? Was finden wir hier? Irgendwas? Nö. Was? Frank? Was steht da? Frank? Verstehe ich mich. Nö? Ach du Scheiße, Alter. Oh, wieso? Oh Gott. What? What? Alter, das ist echt übel. Das ist echt übel, das Spiel. Oh Mann. Waa. Hm. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber das ist krass. Das ist krass hier. Das ist ja wirklich... Oh Gott. Ach schön, wir haben die endlos großen Decken wieder. Schön, da folgt, da folgt mich. Das ist schön, das ist schön. Licht außen woanders bitte. Viel besser. Ey, das ist alles schlimm. Ich lauf mal da hin, wo es knurrt. Oh nein. Wer hat mir... Wer? Wann wird das enden? Oh, die Tapete ist halt... Oh, uh, Alter. Die Stöße sind ja... Krieg ja... Krieg ja... Augeschmerzen. Oh Gott. Oh Gott. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch nur ansatzweise eine Vorstellung machen könnt, wie schlimm das ist. Aber das ist ja nicht schlimm. Ja, nicht schlimm. Wirklich. Ich möchte das hier nicht... Nein. Jetzt, sei doch mal ruhig. Oh Gott. Alter. Alter. Ja, ich möchte das auch nicht. So, jede noch. Oh Gott. Flippen! Weißt du, was? So. Komm mal, ein Stück. Kaffee neben mir. Das ist gar kein Problem. Komm, wir machen Kanal auf, hat Benni gesagt. Wird total spaßig. Ja, komm, Horrorspiele. Das ist total lustig. Ja, Mann, was werden wir den Spaß unseres Lebens haben. Haben wir nicht! Haben wir nicht! Und Frank bringt mir ohnicht weiter hier. So. Ach, hier waren wir auch schon. In Tropfenhausen. Okay, wir landen jetzt immer hier. War Quatsch. Schön, 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 schön. Hello. Licht ist ja mal echt schön, irgendwie. Auch wenn es nur Fahles ist. Ach, wie schön. Oh Mann, Alter, ey. Weil das hat sich jetzt gerade wirklich so angehört, als wenn das Gerät von mir klopft, ey. Oh. Oh, oh, ey. Oh, oh. Oh. Corrupted würde jetzt sagen, oh, this is good, oh, this is good, this is good. Oh, this is good. Oh, this is good. Ah. Ah. Der letzte Gammelkopp. Collect them all. Fünf von fünf. Fragezeichen. Und nun? Erlösung? 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 Was? What is there? Ach, jetzt sehen wir ins Licht. Oh. Oh. Alter. Ja, lieben. Das war Rohmut. Krass. Wenn ihr Bock habt, irgendwie, gebt mal einen Daumen nach oben an das Video. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, tut uns den in die Fallen und abonniert ihn. Helft dem Kanal zu wachsen. Und wir sehen uns beim nächsten Schlupfersprängerspiel wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.